Ich bin noch ein bisschen neidisch, weil mir ist wirklich sehr heiß auch hier an der Stelle. Basti, magst du dich auch ausziehen? Und Dortmund, soll Basti sich für euch ausziehen? Ich muss euch einfach vorher anzutillen. Ganz subtil wolltest du das machen? Ganz subtil, subtil wie wirklich so ein Bauer, weißt du, so in die Frise. Darf ich mich bitte ausziehen? Ihr müsst nur wissen, Leute, ich habe die letzten drei Jahre damit überbrückt, indem ich bei Magic Mike gearbeitet habe. Kommt ja! Das ist einfach passieren, Basti. Also ihr werdet jetzt eine Profi-Strict-Games-Performance erleben. Basti, willst du dich hier vielleicht vor die Ralligen Mädels stellen? Rallige Mädels, Ralliger Basti, sounds like a match. So, 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 so. Habt ihr Bargeld? Danke. Rallige Mädels, Rallige Mädels, Rallige Mädels, Rallige Mädels. Rallige Mädels, Rallige Mädels, Rallige Mädels. You can leave your head on. Basti! Vielen Dank.